Ich muss noch aufbleiben. Ähm... Aber in dem Wetter kann man es abnehmen. Also, du hilfst euch, dass ihr es nicht unbedingt aufmachen wollt. Ja, wenn ihr euch einschreit und drauf schwimmen habt... Wolling! Ich bin schon nass. Ja. Ey, wie du jetzt scheiße! Kurze Kurven, dann geht's auch schon wieder runter. Die Stehbälde, ja. Oh, Scheiße. Das war bei der Höhenangst. Jetzt muss er wieder runter, ne? Ich dachte, es ist das Kurier an einer von Schiffe. Die Maserräder sind übel, ne? Ja. Die Maserräder sind übel, ne? Ja. Das ist ein ganz schönes Gefälle, du. Das ist ein ganz schönes Gefälle, du. Ohne, 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 ohne. Das geht auch hoch und raus. Aha. Das sah erst nichts hoch aus. Was? Später, wenn du die Baumbrenze reinkommst. Ah. Denk lieber am Markt. Hier ist doch schon aus, ich. Ostseeabschaden. Ja, guck lieber nach vorne. Ich hab da eine ganz beschissene Bevölkerung. Ich hab da eine ganz beschissene Bevölkerung. Ich hab da eine ganz beschissene Befürchtung, dass wir gleich richtig absaufen werden. Oh ja, Mann. Und das bei denen eben schon. Oh, scheiße. Alter, wir sitzen ganz schön. Wir haben einen Tiefpunkt vorne, weißt du das? Äh. Äh. Oh, das geht gleich los, du. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist Nippelwetter. Oh, ist das gut hier. Ich hab da ganz bescheidene, die ganz vorne einzusteigen. Ja, stimmt. Ja mal. Oh. Komm, lass das noch wieder gehen. Ach. Ich geh auch gleich wieder runter. Oh, scheiße. Klar so. Ja, lange geht's da. Du musst noch was sagen, vielleicht? Nee. Oh, scheiße. Ich hab mich jetzt nur noch für fest und abfahrt. Ja. War schön, du kannst doch haben. Ja, ja. Ja. Und jetzt regnet's. Das wird jetzt übel. Das wird nass. Das wird sowas von nass. Wo, 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 wo. Abfahrt. Jetzt. Schuhprakete. Hahaha. Das ist so bekloppt. Das ist bekloppt. Scheiße. Hahaha. Das ist so bekloppt. Das ist bekloppt. Das ist so bekloppt. Hahaha. Ja! Hahaha! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020